ja heute ziehen wir uns mal gemeinsam die hammer strong original also die vorschlaghammer ist das steht auf der anderen seite komischerweise ja die ist von röder feuerwerk und von gao produziert worden 20 schuss hat das teil ist halt einfach kurz und knapp gesagt mit salut cake 300 gramm hat die nm war für rein salut ist doch schon heftig hier könnt ihr es noch mal sehen vorschlaghammer steht auf der anderen seite ziehen wir uns mal direkt rein dem vorschlaghammer ich bin echt gespannt leute Absolut Batze, also schön mit Silberschweifaufstieg, ohne Mikroständerung, geil. Untertitelung des ZDF, 2020